So, jetzt geht's los! Ready for take-off! Weiter, weiter, weiter! Stopp! Wir hätten jetzt noch von Maxi Malu schon erreicht. Wo geht's jetzt jetzt? Der ganze Rest von der Tour, das ist nur Deko. Ja, hallo! Also, wir würden jetzt für drei Meter auch schon reiten. Ich bin auch nebenan, kann ich erst einsteigen. Also, wenn der Tour höher fahren würde, als drei Meter wäre ich schon raus. Dann würde ich sagen, oh, komm, ich hab Angst. Gut, ich weiß, wer das drei hier aufgebaut hat. Das wissen wir jetzt nicht, daran kann es vielleicht liegen, ne? Jetzt legen wir los, Freunde, ready for take-off! Here we go, let it go! Schöne Aussicht hier oben! Cool! Schöne Aussicht hier oben! Cool! Gleich geht's los! Achtung! Jetzt! Ohhhhh! WIBO! 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 Ja, das war jetzt nicht so ganz gut, dass hier ist, das war eher so wie ein Halbruck, ne? Wie sieht's aus? Alles in Ordnung? Ja! Ihr wisst, dass das erst 40 Meter waren. Ihr wisst, dass das erst die letzte waren. Jetzt geht's ganz nach oben, Freunde. Jetzt geht's auf 85 Meter. Bring frei für Runde 2! Jetzt gehen wir auf, Freunde. Jetzt geht's ganz nach oben. In den Sitten sind wir der Sonne entgegen. In den Sitten sind wir der Sonne entgegen. Jetzt drehen wir auf, Freunde. Nach 85 Meter fast am Stück. Einmal nehmen wir uns zurück in Swinale. Let's go! Das ist hoch! Mann ist das hoch! 2,564 Holden Gleich geht's los... Zuhu, 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 Zuhu! Wooh! Komm, lass losfahren. Komm, lass losfahren. Das heißt, wir haben uns an den Beobachtung gelangen. Wir haben das noch in Garten geholfen. Aber das ist nach einer Zeit, aber ihr seid einmal mal in Countdown. Wir müssen zum Beispiel etwas mehr. 6 5 No fass! 6 5 Let's goooooooo! Wuhuuu! Wuhuuu! Mach mal los, ich will runter! Ach, ich hab einen tollen Rügel! Ich hab einen hellen Grau! Aber jetzt! Achtung! Prost! Ooooooh! Ooooooh! Wuhuu! 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 Wuhuu!